Liebe Zuschauer, liebe Episoden. Und dann kommen wir mal zu meiner heutigen Folge. Und da geht es mehr um den außergewöhnlichen Mongozzi-UFO-Zwischenfall. Ihr seht hier im Hintergrund schon den MUFON-Bericht. Und das ist der MUFON-Bericht 10-449-500 von Schneider. Ich werde euch diesen MUFON-Bericht in der Videobeschreibung unten mit einfügen. Und dann könnt ihr euch den selber nochmal durchlesen. Und ich habe am Anfang überlegt, blende ich jetzt irgendwas mit ein? Nein, ich lasse einfach das im Hintergrund stehen für euch. Und ihr könnt es dann einfach die Augen zumachen oder mitlesen, wie ihr wollt. Und ich scrolle mal ein bisschen runter, um euch dann einfach zu erzählen, was dort passiert ist. Und zwar steht hier. Giampiero Mongozzi, ein 29-jähriger technischer Zeichner aus Vedano Alambro in der Nähe von Monza. Der war am 30. Juli 1952 mit seinem Motorrad ins Hochteil von Malenko gefahren. Zusammen mit seiner Frau Pinuccia Rediali wollte er die Asbesthöhlen von Vampo Francia besuchen. Während eines Rundgangs durch die Höhle empfahl ihnen ein Bauer, noch einen Ausflug ins herrliche Bernina-Gebiet zu machen. So stiegen sie gegen 14 Uhr zur Berggruppe Mosella auf und übernachteten in der Schutzhütte Marinelli. Und in der Morgendämmerung des 31. Juli ging es weiter bis zum oberen Schärschengletscher. Dem Ziel ihres Ausfluges. Als sie dort angekommen waren, soll sich etwas Ungewöhnliches abgespielt haben. Die italienische illustrierte Epoca schilderte die weiteren Ereignisse wie folgt. Mir schien, als ob uns herum etwas Außerordentliches geschehen müsse. Ein kühler Hauch wehte über die Berge und verursachte ein musikalisches Geräusch wie das Zischen der Taue eines Segelschiffes. Plötzlich verstummte jeder laut. Obwohl wir sehen konnten, dass der Wind weiter blies. Auch das Knirschen unserer eigenen Schritte auf dem Eis war nicht mehr zu vernehmen. Ich war sehr nahe bei meiner Frau, hörte jedoch ihre Stimme nicht mehr. Sie öffnete zwar ihren Mund, aber es kam kein Laut heraus. Ich rief ihr etwas zu und merkte, dass auch sie mich nicht mehr verstand. Ein seltsames Schweigen umgab uns. Plötzlich fasste mich meine Frau im Arm und sah mich erschrocken an. Auch mir wurde Angst. Ich wollte es aber nicht zeigen. Etwa 200 Meter vor uns ließ sich, still wie ein Schatten, ein ungeheures Ding auf dem Eis nieder. Es kam von unten, vielleicht aus dem Absturz, der zur Marinelli-Hütte hinabführte, oder aus dem tiefen Tal des unteren Scherschen. Mir gingen die absonderlichsten Gedanken durch den Kopf. Erst dachte ich, es sei ein Flugzeug, das landete, aber ich sah keine Tragflächen. Ich bekam nackte Angst. Das Glitzern des Gletschers und die von rechts scheinende Sonne ließen mich nicht gut sehen. Mit meiner Frau hielt ich mich hinter einem Felsen verborgen und schloss die Augen. Die Stille war überwältigend. Ich weiß nicht, ob man unsere Stimme noch hörte, weil ich nicht mehr den Mut besaß zu sprechen. Wir blieben so für eine Weile, dann öffnete ich ein wenig die Augen und blickte über die Felsen. Das sonderbare Ding war noch da. Ich beschloss, näher heranzugehen und glitt etwa 50 Meter auf dem Eis vorwärts. Weiter konnte ich nicht gehen, weil es keine Felsen mehr gab, hinter denen ich mich hätte verstecken können. Ich sah dann, dass es sich um einen enormen silberfarbenen Teller handelte, dessen Durchmesser rund 10 Meter und dessen Höhe ca. 3 Meter betragen mochte. Ich hatte meinen Foto parat um den Hals hängen und während ich mich bemühte, dem mich lähmenden Schrecken zu überwinden, blickte ich durch den Sucher und drückte auf den Auslöser. Ein Klicken war nicht zu hören, sodass ich nicht sicher war, ob die Aufnahme gelungen war. Ich verharrte weiter, um zu beobachten. Plötzlich tauchte ein Mann auf, der mit einem metallisch schimmernden Anzug bekleidet war und auf mich zukam. Mein Inneres riet mir zu fliehen, aber ich war vor Schrecken wie gelähmt. Vielleicht hatte er mich nicht gesehen. In der Tat wandte sich der Mann, wenigstens glaube ich, dass es ein Mann war, dem äußeren Umfang der Scheibe zu. Er lief ganz um diese herum, als wenn er eine Überprüfung des Apparats vornehmen wolle. Er blieb alle zwei oder drei Schritte stehen und blickte nach oben auf die Umrisslinie des Fluggeräts. Er bewegte sich sehr schwerfällig in seinem Raumanzug, der keinen klar begrenzten Umriss hatte und fehlartig erschien. In der Hand hielt er ein zylinderförmiges Instrument, das einer Taschenlampe glich. Ich weiß nicht, wie lange das alles dauerte. Vielleicht fünf Minuten, seit die Scheibe sich auf dem Eis niedergelassen hatte, aber ich kann die Zeit nicht genau angeben. Von meiner Position aus konnte ich nur einen Teil der Scheibe überblicken. Ich stand etwas unterhalb ihrer Knielinie und sah lediglich den unteren Rand. Aus dem Oberteil schien eine Rundfunkantenne oder so etwas ähnliches hervorzukommen. Eine weitere Antenne ragte aus dem Rucksack, den der Mann trug. Als der Pilot seine Inspektion beendet hatte, verschwand er wieder in dem Abschnitt, aus dem er hervorgekommen war. Das heißt, auf der abgewandten Seite der Scheibe. Dort musste eine Tür sein, die ich nicht sehen konnte. Ich schoss noch einige Bilder. Dabei bemerkte ich, dass etwa ein Drittel der völlig glatten Oberfläche zu rotieren anfing. Dieser Teil begann zuerst langsam, dann immer heftiger zu kreisen, bis sich die Scheibe vom Boden erhob. In einer Höhe von 10 Metern verharrte sie und blieb einige Sekunden unbeweglich. Dann, endlich die Oberseite zeigen, zog sie hoch wie ein Lift und flog absolut geräuschlos gegen die Gipfel der Bernina davon. Ich sah gerade noch, dass das Oberteil viele Luken besaß und die Antenne in ein Türmchen zurückgezogen worden war. Von dem abfliegenden Apparat konnte ich noch zwei weitere Aufnahmen machen, während die Scheibe sich entfernte. Fühlte ich allmählich, dass das Leben um mich herum wieder zurückgekehrt war. Ich rief meine Frau und die Stimme funktionierte wieder. Auch das Sausen des Windes war wieder klar zu vernehmen und hörte sich erneut wie das Geräusch der Takelage eines Segelschiffes an. Ich blickte auf die Uhr. Es war genau 9 Uhr und 27 Minuten. Ein wenig verwirrt und mit zittrigen Knien kehrte ich in das Versteck meiner Frau zurück. Sie hatte alles mitverfolgt und war noch ganz bleich und verwirrt. Nach einer Weile stiegen wir zu der Stelle hinab, wo der Diskus gelandet war, aber wir fanden keine Spuren. Und der Schnee war vollkommen vereist. Auch von unseren Dritten blieben keine Spuren zurück. Möglicherweise hatte die Scheibe einige Zentimeter über dem Boden geschwebt, was von unserer Seite aus nicht zu erkennen war. Die Fluggeschwindigkeit beim Abflug mag 200 bis 300 Stundenkilometer betragen haben. So, das ist der Bericht von Munguzzi. Und Mufon geht jetzt dann auf diesen Bericht ein. Und hier steht drin, sensationelle Berichterstattung in Presse und Rundfunk. Die Munguzis hatten ihre Erlebnisse zunächst für sich behalten. Sie befürchteten unnötigerweise die Aufmerksamkeit jener unbekannten Macht auf sich zu ziehen, der diese diskusförmige Maschine gehörte. Vielleicht würden sie sogar entführt werden, wenn ihre Beobachtungen an die Presse gelangten. Andererseits befürchtete Munguzzi vielleicht gar nicht ernst genommen zu werden. Seine Fotos bestätigen überzeugend, dass er nicht geträumt haben konnte. Auf die Fotos kommen dann später noch zu sprechen. Erst Monate später entschloss sich Munguzzi, mit dem italienischen Rundfunk Kontakt aufzunehmen. Am 22. Oktober begab er sich zur Direktion der RAI Italiana und stellte sich einem Interview. Dieses wurde aufgezeichnet und am selben Abend in der Sendung Radio Serra ausgestrahlt. Zwei Tage später brachte die Zeitung Giornale dell'Emilia den ersten großen Bericht unter der Schlagzeile Ich habe einen fliegenden Diskus mit einem Piloten gesehen und Bilder gemacht. Die Fotos und Negative erhielt die Mailänder Agentur ANSA, die ihrerseits Verhandlungen mit den Zeitungen aufnahm. Eine amerikanische Agentur bot sogar 12 Millionen Lire für einen Exklusivvertrag. Eine Wochenzeitschrift aus Parigi offerierte telegrafisch zwei Millionen Schweizer Franken. Zwar wurden verschiedentlich Zweifel an der Authentizität der Bilder laut, doch die Negative zeigten keine Fälschungssinnweise. Der Gletscher wirkte echt und die Feldspitzen im Hintergrund entsprachen den Bildern, die man aus Vergleichsaufnahmen kannte. So, und jetzt geht das Ganze hier so weiter. Und was sehr interessant ist, es wird hier dann komplett zerlegt. Und ich scrolle mal ein bisschen weiter. Und dann wurde auch eine fotogrammetrische Auswertung der Munguzzi-Aufnahmen gemacht. Und hier steht drin, um derartige Behauptungen überprüfen zu können, hatte ich mehr Großaufnahmen der Munguzzi-Bilder vom New Yorker UFO-Forscher und Fotoanalyse-Experten Major Kollmann von Kiewitzki besorgt. Insbesondere interessierte mich die Frage, ob zu dem berichteten Beobachtungszeitpunkt die Sonne so gestanden hatte, dass der Diskurs in der angegebenen Landschaft und Himmelsrichtung einen Schatten werfen konnte, wie er in Foto Nummer 3 zu sehen ist. Wir schauen uns gleich die Fotos an. Interessanterweise zeigte sich bei der genauen Durchrechnung, dass das Azimut des zu erwartenden Schattens relativ genau innerhalb der Fehlergrenzen lag. Dass jedoch die Ausdehnung des Schattens als Folge des Sonneneinfallswinkels von rund 40 Grad im Bild viel zu groß war. Diese Diskrepanz ließ sich nur beseitigen, wenn man annahm, dass der Hang, auf dem das Objekt stand, nicht einheitlich geneigt war, sondern unmittelbar vor dem Objekt eine sehr viel stärkere Schräge aufgewiesen hatte. Genau, jetzt schauen wir einfach mal hier rein. Ich drehe uns das Ganze mal im Uhrzeigersinn drehen. Und dann kriegen wir hier auch, machen wir das mal größer, dann sehen wir hier auch die Aufnahmen. Also so hat Monguzzi diese Fotos aufgenommen. Er stand irgendwo hier hinten und hier lag diese Scheibe. Hier das nächste Foto. Und auf dem nächsten Foto, das müssen wir jetzt hier wieder drehen, tun wir mal gegen den Uhrzeigersinn drehen, machen das mal größer. So, und hier sehen wir auch dieses Wesen, was dann aus dieser Flugscheibe ausgestiegen ist, mit dieser Antenne auf dem Rücken. Schauen wir uns mal das nächste Foto an. So, hier sehen wir das ganze Ding mal wieder. Voll, dass man das alles so schön machen kann. Schauen wir mal, ob man das größer machen kann. So, hier sehen wir diese Flugscheibe wieder. Hier sehen wir sie nochmal. Und hier fliegt sie dann davon, so wie er das beschrieben hat. Und sie blieb ja einige Zeit in der Luft noch stehen, bevor sie dann verschwand. So, und hier sehen wir, wo das Ganze stattgefunden hat. Das ist leider in den PDF-Berichten, der ist auch schon relativ alt. Alles in schwarz-weiß. Und entsprechend sieht das dann auch aus. So, und dann tun wir mal hier wieder gegen den Uhrzeigersinn drehen. Das könnt ihr euch alles in Ruhe durchlesen. Ich werde jetzt da nicht näher drauf eingehen. Es ist auf alle Fälle wirklich sehr ausführlich, was die Mufon hier gemacht hat. Die haben wirklich dieses ganze Ding zerlegt. Also, die haben alle möglichen Sachen mit einberechnet und überprüft, ob das alles passt. Zum Beispiel auch die Kontrolle der Unschärfezone und so weiter. Hier sehen wir, das drehe ich uns auch nochmal hin, weil das sehr interessant ist. Wir sehen hier, hier steht Mongozi und macht das Foto. Und dann gibt es hier eine Hangneigung. Und hier oben scheint diese fliegende Untertasse, die Mongozi fotografiert hat, in einem schrägen Winkel zu stehen. Also, wir sehen dann hier auch aus seiner Sicht heraus, hier stand dann dieses Wesen, was aus der Flugscheibe ausgestiegen ist. Hier die Flugscheibe. Und da haben sie wirklich ganze Arbeit geleistet. Also wirklich sehr krass, was hier für Leistung auch reingesteckt wird, um einfach UFO-Berichte, sag ich mal, zu analysieren, zu berichtigen, zu gucken, ob das auch stimmt, was dort erzählt wird. Und das wird jetzt dann auch wirklich interessant. Ich scrolle mal ein bisschen weiter runter. Und zwar kamen dann Zweifel auf an der Echtheit des UFOs und des Astronauten, welches dieser Mongozi aufgenommen hat. Und ich lese euch hier mal kurz vor. Bereits im Februar 1973 hatte Oberstudienrat der Herr Malterner gegenüber der Schweizer UFO-Forscherin Lu Zinstag erste Bedenken zur Authentizität der Mongozi-Geschichte geäußert. Bei genauem Studium der Großaufnahmen, die ihm Lu Zinstag zugeschickt hatte, war ihm an der linken UFO-Kante im Foto 1 schräg über dem dunklen Flecken eine Kerbe oder ausgebrochene Stelle des UFO-Randes aufgefallen. Und das geht dann so weiter, dass hier wirklich Zweifel aufgetaucht sind. Und das zieht sich dann wirklich so durch. Diese ganzen Zweifel, die werden hier dann auch belegt. Und hier geht es dann auch um die Dicke von dieser UFO-Antenne. Hier sehen wir dann Nahaufnahmen. Ich mache uns das mal größer, damit wir uns das besser anschauen können. Hier sehen wir die Antenne des UFOs. Und hier sehen wir diesen Piloten der Flugscheibe mit seinem Rucksack. Hier sehen wir das nochmal ein bisschen besser. Hier sehen wir den Raumfahrer mit seiner Antenne. Was wirklich interessant ist, schaut es euch mal genau diese Bilder an. Genau diese zum Beispiel. Wenn ihr euch erinnert, ich habe doch ein Video gemacht, wo es darum ging, dass kleine Wesen vielleicht das fehlende Puzzlestück sind für diese Kettle Mutilations, also für diese Viehverstümmelung. Da habe ich doch ein Video gemacht von ein paar Tagen. Und wenn wir mal genau dieses Bild vergleichen, wir sehen hier genau das Gleiche. Wir sehen hier, nur der hat hier eine Pelzmütze auf, weil es vielleicht ein bisschen kälter ist. Und das war ja hier mitten im Dschungel. Aber die Ähnlichkeit ist frappierend. Auch die Beschreibung, dass der halt dickere Stiefel irgendwie anhatte. Und dann dieser Rucksack mit dieser Antenne. Also ich finde, die Parallele, muss ich echt sagen, eine interessante Überschneidung zu der Folge, die ich vor kurzem gemacht habe. Jetzt machen wir das Ganze mal wieder lesbar. Und dann geht es weiter. Hier haben wir nämlich die ersten Hinweise auf eine Modellaufnahme. Bereits 1977 hatte der Basler Fotograf Tomek den Verdacht geäußert, dass Monguzzi gar nicht im Berniner Massiv gewesen sei, sondern eine künstliche Modelllandschaft abfotografiert habe. Vor allem der Schnee in den Bildern erschien ihm zu unnatürlich. Und dann geht es hier so weiter. Wie gesagt, ich werde euch den Link in die Videobeschreibung mit hineinlunzen. Dann könnt ihr euch das selber nochmal durchlesen. Gehen wir mal zu dem nächsten Punkt. So, hier wird das Ganze nochmal mit Winkeln dargestellt und wirklich mit Berechnungen. Also das ist wirklich sehr ausführlich. Also Hut ab an die MUFON, was die hier für Arbeit leisten. Um das Ganze dann noch wirklich zu überprüfen. So, jetzt scrollen wir hier mal weiter. So, und dann kommen wir zur Bestätigung des Fälschungsverdachts durch Computeranalysen. Bereits 1975 hatten Fred Adrian und William H. Spaulding von der Gruppe GSW die Mongozie-Fotos mittels Computergestützer Äquidensiten-Verfahren überprüft. Ein tolles Wort. Nachdem die Original-Negative nicht verfügbar waren, benutzte die GSW-Kopien der ersten Generation. Und die analysieren das dann. Hier müsst ihr euch mal überlegen. 1975, das ist schon wirklich krass. Und sie haben aber damals schon hier wirklich tolle Sachen gemacht. Also eine kantenverschärfte Ansicht dieser Fotos und so weiter. Und was dann wirklich interessant ist, endgültige Aufklärung durch italienische Forscher. Die seriöse italienische Zeitschrift Notiziario UFO brachte in ihrer Nummer 69 eine ausführliche Darstellung und Kommentierung der Munguzi-Geschichte. Die italienischen Journalisten des Centro Ufologico Nazionale hatten nach umfangreichen Recherchen wichtige Daten zur Lebensgeschichte von Munguzi herausgefunden. Sie deckten auch die Motive und die Methoden auf, mit denen es Munguzi und seinen Freunden gelang, die Presse und eine Reihe von Ufologen jahrelang zu irritieren. Und dann kommt hier heraus, dass dieser Giampero-Munguzi-Jahrgang 1923, der hatte als 19-Jähriger am 2. Weltkrieg teilgenommen. Bevor er 1942 zum Militär eingezogen wurde und auf einem Korvetten-Schiff diente, war er beruflich als Sänger im Orchester Schiorelli tätig und machte auch Plattenaufnahmen. Beim Rückzug der Italiener aus Tunesien erlitt er eine Beinverwundung und kam in Gefangenschaft nach Maddalena. Am 8. September gelang ihm die Flucht nach Porto Ferraio, dann nach Palermo, wo er sich den Amerikanern stellte und von dort aus wurde er in ein Konzentrationscamp auf Colombo in Ceylon verschickt. Als er zurückgekehrt war, lernte er dann seine Frau kennen und so weiter und bla bla bla. Und er bewarb sich dann als technischer Zeichner. Zuerst in Monza, dann bei der Mailänder Edison-Gesellschaft, wo er angenommen wurde. Einige Monate zuvor hat er sich bei zahlreichen Zeitungen, das ist sehr interessant, um die Stelle eines Redakteurs bemüht. Jedoch stets abschlägige Bescheide halten. Die Antworten waren höflich, doch man wollte nur erfahrene und unabhängige Leute. Sein besonderes Talent, Geschichten zu erfinden, war Monguzzi offensichtlich angeboren. Schon als junger Mann brachte er Abenteuer-Romane heraus und wurde von verschiedenen Zeitungen wie der Corriere di Monza und Noticiario interviewt. So, um endlich berühmt zu werden, verfiel Monguzzi auf die Idee, ein gelandetes UFO zu fotografieren und für echt zu verkaufen. Wahrscheinlich hatte Monguzzi verschiedene aktuelle Berichte über fliegende Untertassen gelesen, wohl auch einige frühe Science-Fiction-Romane und Filme gekannt. Jetzt gucken wir mal ein bisschen weiter. Genau, und nach der Zeit des 2. Weltkriegs, da fiegen dann einfach auch die Science-Fiction-Filme an, im Kino zu kommen und Bücher rauszukommen. Und Anfang der 50er Jahre wirkte sich insbesondere die UFO-Hysterie im Umfeld des Kalten Krieges auf die Science-Fiction-Produktion aus. Die Menschen stellten sich die bange Frage, ob die Fremden aus dem All nun als Freunde oder Feinde kämen. Während der Film, das Ding von einer anderen Welt, also wirklich ein geiler Film, aber nur der Originalfilm, die Angst der Terrestrier vor dem Unheimlichen herausstellte, machte Robert Weiss mit der Tag, an dem die Erde stillstand. Da finde ich auch nur den Originalfilm richtig gut. Der Michiano Rees ist wirklich schlecht, auch wenn ich wirklich Michiano Rees gerne mag. Und den Außerirdischen zum göttlichen Freund, zum messianischen Mahner des Friedens. Auch hier trugen der Extraterrestrier einen Raumanzug mit dem typischen Astronautenhelm mit Visier. Genau. Und dann wirft man ihm hier vor, dass er das Ganze gefälscht hat. Und dann steht hier weiter drin, mit Unterstützung seiner Vettern Mario und Alfredo Gaiani begann Monguzzi am Sonntag, den 5. Oktober 1952, hinter der Casina Bianca im Vedano Alambro Erde auszuheben. Anhand der Zeichnung eines befreundeten Alpenführers modellierte er mit Gips und Kreide naturgetreu die Bergkette der Umgebung des Schergengletschers im Berniner Massivnach. Hier sehen wir auch dann das vermeintliche Raumschiff und wir sehen hier auch die Figur, die er angeblich hergenommen hat. Und dann wird hier auch erklärt, dass dieser Diskus aus Pappkartonen bestand und so weiter und so fort. Dann wurde das Ganze zusammengefasst und der wurde da natürlich sehr verurteilt und er hat auch zugegeben, dass das Ganze so war. Und somit wäre der Fall abgehandelt. Aber was sehr Gutes an diesem Move vom Bericht, ihr habt mich zu Monguzzi selber auch eingelesen, man findet dort einen Haufen italienische Seiten, die man sich gut übersetzen lassen kann. Also ihr habt jetzt, sag ich mal, von dem, was ich euch erzählt habe, wenn ihr diesen Fall nicht kennt, auch den Eindruck, dass er, sag ich mal, als unerkannter Journalist, was er gern geworden wäre, sich überlegt hat, er fälscht jetzt einfach mal so eine UFO-Geschichte und so weiter und so fort. Aber das ist nicht der Fall. Ich lese euch mal weiter vor. Die umfangreichen Untersuchungen zahlreicher UFO-Forscher, die schließlich zur Aufdeckung der Fälschung geführt haben, können für ähnliche Forschung eine Lehre sein. An dieser Geschichte dokumentiert sich exemplarisch, wie persönliches Streben nach gesellschaftlicher Anerkennung gepaart mit fotografischen und handwerklichem Geschick und dem richtigen Gespür für das Sensationsbedürfnis der Presse zur Fabrikation raffinierter Fälschung verleiten kann. Sozialpsychologisch erstaunlich und typisch für die Erwartungshaltung, Glaubensbereitschaft und zugleich Täuschungsfähigkeit vieler Zeitgenossen, ist auch die Tatsache, dass sich trotz ausdrücklicher Dementis in der Presse hartnäckig das Gerücht verbreitete, Munguzzi sei nur durch massive Drohungen von Geheimdiensten dazu gezwungen worden, seine Aufnahmen für Fälschungen zu erklären. Damit wurde dem Leser mancher UFO-Journale und Bücher, die Munguzzi's Fotoserie veröffentlichten, suggeriert, die Bilder seien in Wirklichkeit natürlich echt. Bestärkt wurde diese Ansicht durch Munguzzi's eigene Aussagen. 1957, also fünf Jahre nach seinem Erlebnis, hatte er sich gegenüber dem italienischen UFO-Forscher Dr. Alberto Perego enttäuscht darüber geäußert, dass die Journalisten ihn füllig ruiniert hätten und er seit eineinhalb Jahren seine Stellung verloren habe. Sogar aus der Edison-Gesellschaft habe man ihn entlassen. Also er wurde tatsächlich damals gekündigt von seinem Arbeitgeber und das hat ihn sehr geärgert. Ich habe euch ja vorher vorgelesen, wie er nach dem Zweiten Weltkrieg versucht hat, eine Anstellung zu finden und wie gesagt, die italienischen Seiten, da gibt es massiv tolle Berichte, die auch das Ganze bestärken. Jedenfalls, hier geht es so weiter. Entweder hatte Dr. Perego die wahren Gründe dieser Entwicklung nicht richtig erkannt oder Munguzzi hat ihn damals tatsächlich noch von der Authentizität seiner Geschichte überzeugen können. Wie dem auch sei, die Diskussion darüber scheint auch drei Jahrzehnte später, zumindest in gutläubigen Ufologenkreisen, noch nicht abgerissen zu sein und der Bericht ist ja relativ alt und diese Diskussion ist bis heute immer noch nicht abgerissen. Genährt werden diese Spekulationen auch durch das mysteriöse Verschwinden Munguzis, dessen heutiger Wohnort unbekannt ist. Erste vorläufige Analysen der Fotos schienen außerdem zu bestätigen, dass mehrere Details der Aufnahmen gut übereinstimmen. So passten die Verhältnisse der Größe des Astronauten zum angegebenen UFO-Durchmesser. Die Berniner Gebirgskette war augenscheinlich naturgetreu wiedergegeben. Der Einfallswinkel des Schattens stimmte mit dem Sonnenstand zur fraglichen Uhrzeit überein und die verschiedenen Standortveränderungen des Fotografen waren durchaus psychologisch interpretierbar. Dies waren auch die Gründe dafür, dass die Bilder bei der ersten Teiluntersuchung von MUFON-CES im Jahre 1976 noch nicht als eindeutige Fälschung entlarvt werden konnten. Detaillierte Auswertungen mittels computergestützter Bildaufbereitung sowie eingehende fotogrammetrische Vergleiche, wie in diesem Aufsatz beschrieben, führten letztlich zu einer endgültigen Klärung des Schwindels. Leider waren die bereits 1976 publizierten Analysen der italienischen Forschungsgruppe CUN, die sich auf freimütige Aussagen früherer Mitarbeiter, Munguzi Stutz, in der englischen und deutschen UFO-Fachpresse erst viele Jahre später bekannt geworden. Dies mag wohl mit einem Grund dafür sein, dass sogar der bekannte Fotoanalytiker Coleman von Kiewitzki des IQ-Fon in New York lange Zeit von der Echtheit der Aufnahmen überzeugt war. Auch die Verfasser des 1976 veröffentlichten Fotobandes das Geheimnis der unbekannten Flugobjekte hatte damals noch vermutet, Munguzi sei nur das unschuldige Opfer einer gegen ihn gerichteten Pressekampagne gewesen. Erst vor kurzem publizierte der bekannte spanische UFO-Forscher und Journalist J.J. Benitez die Munguzi-Serie in seinem Fotoband mit fotogrammetrischen Darstellungen von Coleman von Kiewitzki ohne kritische Kommentare. Für die weitere Erforschung der mysteriösen UFO-Phänomene, die es zweifellos gibt, wäre es sicherlich nützlich, bla bla bla. Wenn man sich die anderen Berichte noch durchliest, wird es relativ schnell klar, dieser Mensch, der das Ganze erlebt hat, der wurde tatsächlich massiv bedroht. Er wurde wirklich durch die Mangel genommen und nicht nur von den amerikanischen Geheimdiensten, auch von anderen Geheimdiensten. Es gab dann tatsächlich die Amerikaner, die haben einen amerikanischen CIA-Mitarbeiter oder was auch immer verkleidet als Bergführer und der hat ihn dann versucht, massiv zu penetrieren mit dem, was er dort erzählt hat. Er hat dann oft auch in Interviews gesagt, er fühlt sich massiv bedroht und er hat einfach Angst gehabt, also er und seine Frau, dass die etwas beobachtet haben. Also den ihr Glaube war es nicht, dass es ein Außerlischer war, sondern die haben geglaubt, die haben von einer der großen Regierungen zu der Zeit ein Flugobjekt gesehen mit einem, sag ich mal, menschlichen Piloten, der dann die ganze Maschine untersucht und die haben echt Angst gehabt, dass wenn sie das melden, dass sie dann auf einmal verschwinden. Ich meine, das wäre nicht das erste Mal gewesen, dass Menschen verschwinden, die etwas Merkwürdiges beobachtet haben und das war denen ihre größte Angst. Und er hat dann wirklich versucht, das irgendwie an die Presse so irgendwie weiterzugeben, obwohl er eigentlich am Anfang nicht wollte. Also die Berichte sprechen für ihn. Die Fotos, ich meine, hier steht ja auch drin, dass die Fotos die Wahrscheinlichkeit, also die Fotos sind, sag ich mal, vom Sonneneinfallswinkel und verschiedene andere Sachen, auch seinen Aufnahmewinkel, das Verhältnis vom Astronauten zu dem Raumschiff und so weiter, die sind sehr passgenau. Und er war jetzt, glaube ich, nicht so der Mega-Foto-Faker und so weiter, weil da gehört doch schon viel dazu. Und ich halte diesen Fall für ungeklärt. Ich sage nicht, dass das wirklich passiert ist. Ich sage nur, man hat ihm hier wirklich versucht, einen Schwindel anzudrehen. Er ist dann auch verschwunden und ich glaube das nicht so ganz. Ich kann wirklich das nachempfinden, wenn man sich die anderen Berichte so durchliest, dass er wirklich in Angst gelebt hat und diese Angst, die er dann vorher schon hatte, die hat sich dann auch bestätigt und er hat einfach keinen Bock mehr drauf gehabt und hat sich dann einfach aus dem Weg gemacht. Also die letzte Spur, die man ausfindig machen konnte, weist darauf hin, dass er nach Griechenland abgehauen ist, weil seine Frau griechische Wurzeln hat und ich denke mal, vielleicht lebt er auch nicht mehr, das ist ja schon ein paar Jährchen her. Aber ich halte diesen Fall für mysteriös, muss ich echt sagen und außergewöhnlich. Und für mich ist er nicht einfach nur wegerklärt, dass da irgendwie Fotofälschung betrieben wurde, weil er sich damit irgendeinen Ruhm verschafft hat. Weil welchen Ruhm hat er denn gehabt? Er hat doch das Ganze weder Geld eingenommen, noch hat er irgendwelche Bücher rausgebracht, noch hat man ihn dann in irgendwelchen Talkshows gesehen. Also das passt nicht so zusammen. Ich hoffe, das Ganze war euch vielleicht unbekannt, denn mir ist es wichtig, dass ich wieder Fälle hier auch zeige, die in Deutschland oder in Europa passiert sind nach dem Zweiten Weltkrieg. Und dieser Munguzi-Fall gehört wunderbar mit dazu. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da und wir hören uns bei meinem nächsten Video. Euer Peso. Servus. Euer Peso. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020